Hallo! Aufwachen! Der Unterricht beginnt, also check this! Mein Name ist Herr Killer und das ist Rap Fit! Back ich rapp, ich komme und du backst mich Du willst rappen? Hier ist die Technik Frage eine Käpte, gucke ob dein Cap sitzt Spreche die Sprache des Gelb, bis dein Geld spricht Sprich rappe über Geld und bling bling Und arbeite nur mit Leuten, die in sind Situation win-win, suche ein Language innen drin Benutze Anglizismen wie Money on King Schreibe einen Flow, spritte einen Vers Jedes zweite Wort ist Yo, jedes dritte Wort ist Yeah Bitte gib uns mehr, bitte gib mehr Glaubt in dieser Scheiße, haben wir es nicht schwer Besser zu sein als hier, eure Worte schlechter als 3 und 4 Echt mal, jetzt reicht es mir, check meine Lines kapiert Wie man Rapper wird, das zeig ich hier Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Schritt 1, lerne was Rap ist Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Schritt Nummer 2, Technik Lektionsbeginn, erstens Fitness Damit meine ich nicht hebendes Gewicht Ehe du anfängst deinen Körper zu trainieren Was? Da gehen in lieber neue Rheinwörter zu kreieren Beispiel, Kontinentalverschiebungstheorie Was wollen die Gangster? Mehr Weed und Heroin Mehr als schwul auf cool Entwarte deinen Wortschatz, such ein Buch Länger mach die Klappe, ist Schule gut Und mach nicht blau wie die Blue Man Group Bootcamp ruft, ich bin Drill Instructor Schau dich an, wenn eine Zeile nicht im Takt war Lerne auf dem Beat schreiben, freestylen Hauptsache im Beat bleiben, wie meine Häufigkeit Du musst deutlich sein Ich bin ein harter Coach, aber heul nicht gleich Mein Herz sagt, das ist kühl Doch was ich fühl, ist das Gefühl Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Schritt Nummer 2, Technik Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Schritt Nummer 3, Samples Du solltest dich nicht beschränken Auf dieselben Samples und Instrumentals Denn was ist besser als alle Titanbeats? Allgemein Musik Erweiter deine Sinne mit der Zeit Finde deinen Style In dem du vielleicht mit den Genres experimentierst Denn du weißt, das Next Level sind wir Wir, 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 wir Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Schritt Nummer 3, Step It Rap Fit, das ist Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Rap Fit, echter Rap Shit Echter Rap Shit, Schritt Nummer 4 Und warum? Weil alle Leute singen, was ist hier? Yeah, 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 yeah.